Die Champions League geht wieder los und es startet mit einem absoluten Kracher am Dienstagabend, denn der FC Bayern München trifft im Achtelfinale auf Paris, Sascha Ma. In diesem Video werde ich einfach mal so ein bisschen aus deutscher Sicht darauf eingehen, wie der FC Bayern Paris schlagen könnte und wie eben die Chancen aussehen für das Spiel, wie das Ganze sich taktisch entwickeln könnte. Das Ganze ist relativ interessant für mich, denn ich würde sagen, das sind so mit die zwei Mannschaften, die ich am meisten gesehen habe in dieser Saison. Starten wir mit PSG und die hatten einen extrem starken Saisonbeginn mit Mbappé, Neymar und Messi, wo alle fit waren zum Start, haben überzeugende und auch hohe Siege eingefahren und waren dann bis zur WM-Pause auch tatsächlich ohne Niederlage, haben zunächst immer im 3-4-2-1, also mit einer klaren Dreierkette gespielt, mit Mbappé, Neymar und Messi vorne drin, Verratti und Vitinha als Doppel-Acht dahinter und dann ist man so ein bisschen übergegangen in den 4-3-3 bzw. 4-3-1-2 und jetzt seit Wiederbeginn nach der WM wird jetzt viel in der Formation variiert, auch aufgrund von Verletzungen, weil Mbappé, Neymar und Messi waren jetzt in der Zeit nie wirklich zusammen fit und dementsprechend waren dann eben auch die Ergebnisse, es gab die ersten Niederlagen und vor allem haben sie auch spielerisch nicht mehr vollends überzeugt, auch bei den meist knappen Siegen nicht. Unter der Woche sind sie jetzt im Pokal gegen Marseille ausgeschieden, jetzt am Samstag haben sie gegen Monaco hochverdient mit 3-1 verloren, ich habe mir das Ganze angeschaut und ich finde man sollte das Ganze jetzt nicht allzu hoch hängen, klar ohne Donnarumma wäre das tatsächlich wahrscheinlich noch höher ausgegangen, aber man hat halt doch klar mit einer B-Elf gespielt, dann haben da eben die jungen, unerfahrenen Fehler gemacht, also das sollte man nicht zu krass bewerten und es hat halt eben auch nur Neymar gespielt, Messi war angeschlagen vom Pokalspiel und Mbappé ist eben länger verletzt und wird wohl nicht dabei sein im Spiel gegen Bayern, wenn es kein Wunder gibt. Wenn wir jetzt auf das Spiel gegen Bayern schauen, dann ist natürlich schwierig zu sagen, wer spielen wird bei Paris. Verratti, auch ein sehr wichtiger Spieler, war zuletzt verletzt, Messi ist angeschlagen, Mbappé ist eben verletzt, Fabian Ruiz hat das letzte Spiel verpasst und Kimpembe hat jetzt gerade erst sein Comeback über 11 Minuten gegeben, nachdem er davor quasi die komplette Saison ausgefallen war. Und auch daher ist wirklich schwierig zu sagen, welche Formation Paris spielen wird, ob jetzt eben 3er oder 4er Kette. Egal wer jetzt am Ende spielt, die Mannschaft von PSG ist aufgrund dessen auf jeden Fall sehr uneingespielt, der Kader wurde ja im Sommer auch ausgemistet und ist daher auch recht klein und aktuell spielen auch einige unerfahrene Top-Talente, wie allen voran Saia Emery. Am gefährlichsten ist PSG, wenn sie den Ball an der gegnerischen Hälfte an des Gegners 16er haben, denn da tümmeln sich dann immer die meisten Spieler von ihnen in ihrem 10er-Bereich herum, mit vor allem Messi und Neymar, die sich halt eben oft fallen lassen, aber auch den spielsteigen Achtern mit Vitinha, Soler oder Fabian Ruiz. Währenddessen kleben dann eben die Außenverteidiger und Mbappé zentral, beziehungsweise auch Ekitike, wenn er spielt, an der letzten Linie des Gegners. Das Ganze ist eben der Fall, dass sie darüber ihre meisten Chancen beziehungsweise auch Tore kreieren. So auch am Wochenende gegen Monaco. Ich habe jetzt hier mal die Szene für euch dargestellt. Soler hat eben hier den Ball, spielt ihn dann eben auf den einstartenden Bernhard, der dann eben querlegt und Zahir Emery muss dann nur noch einschieben. Hier dann eben nochmal ein Beispiel in Perfektion. Messi bekommt den Ball im 10er-Raum und spielt den ebenfalls in diesen Situationen beliebten Chip hinter die Kette auf Nuno Mensch, der dann direkt querlegt auf den parallel eingelaufenen Mbappé, der dann wiederum nur noch einschieben muss. Das Ganze zu unterbinden wird extrem schwer, vor allem da Bayern neben Kimmich keinen klaren defensiven Sechser hat. Daher würde ich den Bayern raten, Paris schon früh unter Druck zu setzen und auch extrem hoch anzulaufen. Das birgt zwar immer ein gewisses Risiko, aber ohne Mbappé hat Paris jetzt auch nicht unbedingt das Tempo für gefährliche Konder und müssen mit Messi und Neymar eher über den Ballbesitz kommen, was halt relativ schwer ist, wenn man hoch angelaufen wird. Außerdem ist für Bayern ein guter Start von Nöten und dementsprechend auch ein frühes Tor, da Gaultier, also der Trainer vom PSG, wie ich finde, ein extrem guter Ingame-Manager ist. Also er hat zwar nicht immer den optimalen Matchplan zu Beginn des Spiels, aber er kann extrem gut auf ein Spiel reagieren und die richtigen Umstellungen vornehmen. Man kann bei Bayern allerdings auch mal tiefere Phasen einbauen und Paris auch mal locken, denn zum einen ist ja Pressing nicht gerade das Beste mit den drei Superstars vorne drin. Falls Ekitike spielt, sollte man da eher aufpassen, da er schon ein guter Pressing-Stürmer ist, aber alleine kann er es jetzt halt auch nicht richten. Wenn PSG also mal ein bisschen höher aufgerückt ist, kann man dann auch mal den ein oder anderen Tiefenpass spielen, am besten aber zentral und mit eingerückten Flügeln, da PSG zwar auf den Außenverteidiger-Positionen enormes Tempo hat mit Hakimi und auch Mensch links, aber in der Innenverteidigung fehlt es dann doch schon so ein bisschen an Tempo, vor allem bei Sergio Ramos, bei dem ich schon denke, dass er spielen wird. Kommen wir also zu meiner Aufstellung, wie ich aufstellen würde. Und bei PSG ist es mit den Verletzungen auf jeden Fall schwierig zu sagen, aber ich rechne doch eher mit einer Dreierkette, da man halt somit einen Spieler mehr für den Spielaufbau hat hinten drin. Das Ganze könnte dann in etwa so aussehen, mit Donnarumma im Tor. Und das ist auch wichtig, Bayern muss wirklich gnadenlos sein, weil Donnarumma ist einer der wenigen bei PSG, der gerade wirklich in Topform auf absolutem Weltklasse-Niveau ist. Wahrscheinlich macht er jetzt einen Torwartfehler, weil ich es gejinxt habe, aber mal schauen. Im Gegenzug würde ich dann bei Bayern auf die eigenen Stärken vertrauen und folgendermaßen auflaufen. Ich würde definitiv mit einer Viererkette spielen, da man für den Aufbau von hinten heraus halt eigentlich ziemlich wenig Spieler braucht gegen das kaum vorhandene PSG-Pressing. Zudem brauchen sie beim tiefen Verteidigen gegen Paris jetzt auch nicht allzu viele Spieler in letzter Linie, sondern müssen dabei PSG eher im Zentrum und in den Halbräumen in deren Zehnerraum zustellen. Ich würde wie gewohnt mit Sommerspielen, De Ligt und Upamecano in der Innenverteidigung. Davies dann links, um ihm eben halt dem Tempo von Hakimi entgegenzusetzen, weil den muss man schon so ein bisschen in Schach halten, gerade wenn man relativ hoch steht. Cancelo würde ich dann rechts spielen lassen. Der soll dann nicht in die Mitte ziehen, sondern eher so ein bisschen außen bleiben und dann halt eben über Flanken für Gefahr sorgen. Ebenso wie Coman, der links die Breite halten soll und auch da Flanken reinbringen soll, während ich sagen würde, dass Davies nicht unbedingt außen überlappen soll, sondern eher nach innen zieht und dann halt eben ja ein Tick tiefer bleibt, um halt eben abzusichern, falls da mal PSG einen Konter setzen kann mit Hakimi, dass man da so ein bisschen dagegen hält, während auf der anderen Seite Cancelo schon ein bisschen höher schiebt, aber dann halt Upamecano als rechter Innenverteidiger mit seinem Tempo gegen Nuno Mensch das nötige Tempo mit ihm mitgehen kann, falls da mal PSG kontert. Im Zentrum dann natürlich Goretzka und Kimmich. Ich würde gerne einen defensiv starken Sechser reinstellen, der dann halt eben ja PSG im Zentrum verteidigt, weil da ist wirklich das, was sie ausmacht, wo sie am besten sind, aber den gibt es halt so nicht im Kader der Bayern. Und dann würde ich eben Sané rechts spielen lassen, der dann nach innen zieht so ein bisschen, um halt eben Cancelo den Platz zu geben. Coman wie gesagt links, Musiala zentral statt Müller, weil ich fand auch im Spiel gegen Monaco, da war PSG schon so ein bisschen passiv, wenn die jetzt auf engen Räumen kombiniert haben. Und wenn man dann da einen Musiala hat, der ist halt einfach nochmal eine Klasse drüber, über den Monaco-Spielern, die auch schon gut sind. Aber ich denke, Musiala kann da guten Schaden anrichten. Und vorne drin dann eben Shoupo Monteng, klar nicht der schnellste, aber der soll dann halt eben, wie gewohnt, nach Flanken für Gefahr sorgen. Und gegen seinen Ex-Klub wird er auch dementsprechend motiviert sein. Letztendlich rechne ich dann aufgrund der Personalsituation, der Eingespieltheit und dem Fakt, dass die Bayern in den wichtigen Spielen diese Saison immer performt haben, auf jeden Fall mit einem Bayern-Sieg. Kann mir aber dennoch vorstellen, dass es ähnlich wie in der letzten Saison das Hinspiel zwischen PSG und Real Madrid abläuft, wo ja PSG das ganze Spiel dominiert hat, aber eben erst in der letzten Minute zum Siegtreffer kam und im Rückspiel dann eben ausgeschieden ist. Allerdings wäre dann diesmal Bayern in der dominanten Rolle im Hinspiel und eventuell versucht Gaultier ja gezielt das Ergebnis eher mit einer passiven Spielweise so knapp wie möglich zu halten und dann halt eben darauf zu setzen, dass im Rückspiel alle drei da vorne wieder fit sind und sie es mit ihrer individuellen Qualität noch richten können. Aber das Ganze ist natürlich alles nur ein bisschen Gespinne und Zukunftsmusik und jetzt interessiert mich auf jeden Fall eure Einschätzung zum Spiel. Wie könnte es ablaufen und schreibt mir sehr, sehr gerne euren Tipp in die Kommentare für das Hinspiel. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Demnächst kommt dann, denke ich, auch noch die Taktikanalyse zum Spiel selbst, wie es gelaufen ist und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!